Yo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video Leute und zwar wie ihr vielleicht schon seht Ich habe hier so eine Tüte und da steht Orange drauf aber ist egal ich habe keine andere Tüte gefunden und Leute heute geht es um folgendes ihr wisst ja ich habe das iPhone 6s hat auch schon leichte Gebrauchspuren hier auf dem Bildschirm und ich habe mir das iPhone 7 eigentlich weil mein Vertrag hier ausgelaufen ist kann ich dann immer ein neues iPhone oder ein neues Handy dabei bekommen bei einem neuen Vertrag halt ne und da wollte ich halt das iPhone 7 haben und das hatten sie bei meinem Anbieter aber leider nicht also musste ich es anders bestellen und es ist heute endlich angekommen Leute aber was natürlich auch ziemlich witzig ist ich habe es mir in Jet Black bestellt und was kommt an Leute im schwarzen ist aber auch nicht schlimm ähm sind 256 GB hier seht es iPhone 7 irgendwie lag die Kamera ein bisschen iPhone 7 äh Black und äh 256 GB so ist im schwarzen auf jeden Fall Leute und ähm weil es so lange gedauert hat es hat über einen Monat gedauert ähm habe ich noch diese zwei Sachen dazu bekommen sozusagen als Geschenk ähm einmal hier so so eine Schutzfolie so ein Panzerglas äh ja schauen wir mal und hier so so eine scheiß 50 Cent Schutz keine Ahnung was Alter das ist ja egal ich würde vorschlagen Leute wir packen das gute Stück hier mal aus und dieser Sound hier Leute oh yeah ich hoffe dann hat es ihr Mikro gehört ähm das iPhone geht auf jeden Fall jetzt schon auf BÄM ach ja stimmt hier ist noch ähm was anderes zuerst zu sehen die seien bei Apple in California natürlich und dann Leute Ups scheiße das iPhone 7 wow das sieht schon heftig geil aus Leute im matt schwarz das ist ja eigentlich nur schwarz aber das sieht so verdammt matt schwarz aus hier haben wir natürlich den ähm normalen USB Stecker Strom. Hier haben wir, Leute, die neuen Kopfhörer mit Lightning-Anschluss und hinten ist der Adapter von Lightning auf 3,5 mm Klinke. Und dann haben wir hier natürlich noch, Leute, das Aufladekabel. Ist normal wie immer Lightning-Kabel halt. So, schön wieder hier reintun, ne, Leute? Genau. Das hier wieder rein. Also, diese Richtung, oder was? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Leute, ja, es gibt's hier sonst noch, hier Papierkram. Ich glaube, da gibt's nicht viel zu sagen. Hier ist eine Erklärung, wie es mit dem iPhone S gibt. Es gibt in verschiedenen Sprachen. Hier ist die Nano-SIM- Eject-Tool, keine Ahnung was. Also, damit man den SIM-Slot auf der Seite hier rausfahren kann, um die SIM-Karte reinzustecken. Hier Garantie-Informationen und natürlich, warum kauft man sich Apple-Produkte, um diese Sticker zu bekommen, Leute? Ist doch ganz klar. Und ja, davon habe ich auch schon eine beachtliche Sammlung. Das soll es eigentlich gewesen sein von diesem kleinen Unboxing-Video. Ich werde das Ganze jetzt nicht einschalten, denn so ein Channel bin ich nicht und ich glaube, das interessiert auch keinen Mensch. Jeder weiß, wie man ein Handy einschaltet und einrichtet. Ich bin auf jeden Fall jetzt ziemlich froh, dass ich jetzt mal endlich mein neues Handy habe. Hier seht ihr halt nur noch ein Lightning und zwei Lautsprecher. Und die Kamera sieht irgendwie auch riesig aus, Leute. Wenn ihr das hier so seht und dann die Kamera von dem iPhone 6s ist schon ein wachlicher Unterschied. Jetzt kommt es mir auch ein bisschen so vor. Das heißt, ein bisschen dicker. So. Größer. Ja, schon ein bisschen. Auf jeden Fall, Leute. Ich finde die schwarze Farbe jetzt hier, so matt-schwarz, auch gar nicht schlecht. Ich finde die richtig geil. Und, ähm, ja, ihr seht schon, Fingerabdrücker auf der Schutzfolie, aber das interessiert auch keinen. Denn ich nehme die Schutzfolie jetzt gleich ab und dann, ähm, versuche ich hier mal das Panzerglas-Ding hier drauf zu machen. Okay, und das ist das Panzerglas, oder wie? Ähm, bam. Oh, lol. Oh, scheiße, man. Das kann man ja gar nicht wölben. Ja, oh. Alles klar, man. Was läuft denn bei dem Glas hier ab? Okay, das, das ist grün, das Glas. Blau-grün. Was läuft hier, Leute? Ich weiß nicht, ob ich das drauf tun soll. Ah, ah. Ähm. Ja, ich stehe drauf, die Seriennummer garantiert mir, dass es echtes Panzerglas ist. Ja, alles klar. Ich will ja auch hoffen, dass es echtes Panzerglas ist. Aber gut, Leute, das soll es dann auch gewesen sein von diesem, ähm, etwas anderen Video von meinem neuen iPhone 7 Matsch-Schwarz, Leute. Ja, Digga. Und, äh, deswegen haut rein, bis zum nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und tschüss, Leute. Bis zum nächsten Mal.